Gemeinsam mit Landwirten auf der ganzen Welt entwickeln wir seit drei Generationen Maschinen, mit denen man auf jedem Feld das volle Potenzial erreichen kann. Die qualitativ hochwertigen Maschinen zur Bodenbearbeitung, Grill- und Einzelkornsaat von Federstadt verschaffen jedem Landwirt den entscheidenden Vorsprung, in dem mehr Fläche in kürzerer Zeit bearbeitet werden kann, ohne an Perfektion einbüßen zu müssen. Unser Know-how basiert auf engster Partnerschaft mit unseren Kunden. Das ist die wichtigste Grundlage unseres Erfolgs. Einzelkornsaat von Federstadt Betrachtung Wohne 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.